Jetzt bin ich aber erstmal sehr, sehr froh, dass ich heute hier bin, am Kreativmarkt vor der Machbar 37 und es ist mir auch eine Freude, Martina Polizzi, die Einrichtungsleiterin des Stadtteilzentrums Matan-Mitte und der Machbar 37 in Matanillas noch grüßen zu dürfen. Und ich würde erstmal fragen, wie entstanden eigentlich die Idee zur Gründung der Machbar 37 auch als Teil des Stadtteilzentrums? Ja, als Stadtteilzentrum sind wir hier ungefähr schon 20 Jahre auf der Marzana-Probinale. Wir sind in der Wirtschaft der Volkssolidarität, eine Einrichtung für Nachbarn und Nachbarinnen da ist und sich nach den Bedarfen richtet, was hier braucht wird, was die Menschen gerne machen wollen. Wir haben die unterschiedlichsten Angebote für Menschen aller Generationen, in welcher Herkunft, in welcher Hautfarbe, in welcher sexuelle Ausrichtung, auch mit Behinderung oder ohne. Wir versuchen alle miteinander zusammen zu bleiben wollen und das gelingt am besten über ein gemeinsames Hobby. Und als in der Corona-Zeit dieser Laden hier leer stand, da war vorher ein Sportangebot drin, das durch Corona nicht mehr stattfinden sollte, haben wir uns gemeinsam mit den Anliegern aus der Marzana-Probinale zusammen getroffen, haben uns ausgetauscht und haben überlegt, was dann hier noch fehlt. Da kamen wir auf die Idee, so eine Art Repair-Café einzurichten, weil hier viele Menschen wohnen, die sich nicht ständig neue Geräte, neue Sachen leisten können und wo das Thema reparieren statt wegwerfen, eigentlich noch für uns loskommt. Dann haben wir ein Konzept geschrieben, haben bis der D-Niveau eingereicht und haben dann den Zuschlag bekommen, haben dann überlegt, wie wir die Einrichtung nennen, haben dann eine kleine Umfrage gemacht hier in der Marzana-Promenade und die meisten Stimmen bekamen der Titel Machbar 37, weil hier tatsächlich alles machbar ist und die Menschen können sich hier kreativ betätigen, die können ihre eigenen Ideen umsetzen, die nehmen hier gar nicht vor, was hier passieren soll, sondern die Menschen kommen zu uns und sagen, was sie gerne hier machen möchten. Und das funktioniert ganz gut. Das hört sich sehr, sehr spannend an. Das heißt auch für mich nochmal, wenn ich jetzt hier als Verziehergängerin vorbeikomme, ich hoffe, ich bin ja auch hier öfter unterwegs und habe dann das ganze kreative Angebot gesehen. Was passiert mit diesen Kunstobjekten oder auch mit den reparierten Gebeten, mit dem wunderschönen Stichwahn? Also in erster Linie kann hier jeder für sich selbst tätig werden. Das heißt, wer was Kaputtes mitbringt, der nimmt das reparierte natürlich auch wieder mit zurück. Wenn er uns dafür eine kleine Spende da lässt, dann freuen wir uns. Aber eigentlich sind hier alle Angebote kostenlos. Wir nehmen ein kleines Stuhlgeld für die Bogen, die sich hier regelmäßig treffen. Ansonsten kostet es nichts, wenn man hier mitmacht. Und wer sich selber ein Kleid nähen will oder eine Münze stricken, der darf das gerne machen. Und wer einfach nur Spaß am Stricken oder Nähen hat und selber für sich gar nichts braucht, der kann das für uns zur Verfügung stellen, sodass wir dann solche Veranstaltungen wie heute damit ausstatten können, dass wir die Angebote zeigen können, dafür Spenden einnehmen können, um dann wieder neues Material zu kaufen oder mal eine neue Nähmaschine oder mal Farbe für unsere Kreativangebote oder ein Werkzeug, das wir brauchen, um bestimmte Sachen zu reparieren. Das heißt, wenn ich zum Beispiel ein neues Kleid nähen möchte, aber ich habe keine Nähmaschine, kann ich auch herkommen, oder? Selbstverständlich. Wir haben Nähmaschinen, die für Anleger geeignet sind. Wir haben auch Nähmaschinen, die für Fortgeschrittene geeignet sind. Und die Frauen, die hierher kommen, die sind dann auch bereit, ihr Wissen an die noch unerfahrenen Menschen weiterzuleben. Das hört sich sehr spannend an. Das habe ich ja am Anfang schon angeblich. Sie sind auch eigentlich nur seit einem Stadtteilzentrum. Wir haben auch eben schon ein paar Worte gesagt dazu. Mich interessiert, welche Rolle denn das Stadtteilzentrum auch wirklich für die Anwohner und Anwohnerinnen auch auf der Marzana Promenade hat. Das Stadtteilzentrum in der Marzana Promenade 38 hat sieben Tage in der Woche geöffnet, sodass Menschen, egal ob sie berufstätig sind, ob sie Rentner sind, ob sie arbeitslos sind, ob sie Hilfe suchen sind, jederzeit zu uns kommen können. Und wir haben ein ganz buntes Angebot. Sie können sich da gerne nachher auch mal so einen Player mitnehmen. Da sind die Angebote, die regelmäßigen Angebote alle drauf. Ganz besonders beliebt sind unsere Beratungsangebote. Kostenlose Beratungsangebote. Zu Miete. Zu Rechtsthemen. Zur Rente. Man kann hier einen Rentenantrag stellen. Man bekommt hier Sozialhilfe, wenn man einen Antrag ausfüllen will. Und das Ganze bieten wir in zwölf verschiedenen Sprachen an, da wir auch ein Projekt der Integrationslotsen bei uns im Haus haben und eine Rechtsberatung für Geflüchtete einmal in der Woche anbieten. Da ist hier wirklich volles Haus. Zusätzlich haben wir auch eine Inklusionsberaterin im Haus, die sich besonders um die Anliegen von Menschen mit förberlichen und psychischen Beeinträchtigungen kümmert. Und da gibt es jede Menge hier im Bezirk. Das denkt man gar nicht. Und die sind oftmals auch nicht in der Lage, bestimmte Anträge zu stellen. Oder sie suchen ein Angebot, wo sie ihre Freizeit auch gestalten können, das für Menschen mit Behinderung geeignet ist. Und dafür ist die Inklusionsberaterin da, dass sie schaut, welche Einrichtungen hier im Bezirk sind dann offen, auch für Menschen mit Beeinträchtigungen, kann zum Beispiel ein Rollstuhlfahrer auch einen Tanzkurs machen, kann ein Grinder hier Schach spielen, alles als sollte tragen werden eben klärt. Zusätzlich gibt es die PC- und Smartphone-Kurse, die sind auch gerade in großer Ränder, besonders für ältere Menschen. Denn wir haben gerade in der Corona-Zeit gemerkt, dass ältere Menschen oftmals in der Corona-Zeit ein bisschen abgehängt waren, weil sie nicht in der Lage waren, sich online einen Impftermin zu buchen oder mal eine Lebensmittelbestellung online zu machen, weil sie entweder gar kein Internet haben, kein PC haben oder das nötige Wissen dazu nicht haben. Und da haben wir jetzt ein Angebot installiert, was sehr gut gerade von den älteren Menschen angenommen wird. Jeden Dienstag haben wir hier einen Ehrenamtlichen, der zwei Stunden PC-Kurse anbietet und im Anschluss noch ein Smartphone vor uns. Wie heißt die Frau hier? Frau, das haben Sie schon angesprochen. Mich würde es passieren, welche Rolle denn auch Ehrenamtlichen macht, was wir zeigen, weil wir natürlich auch das Stadtteilzentrum hier in Massa mit unseren Schulen spielen. Ohne die Ehrenamtlichen geht gar nicht. Der PC- und Smartphone-Kurs wird von dem Ehrenamtlichen geleitet. Die Sprachkurs für Menschen, die noch kein Deutsch können, eine Art Sprachkaffee wird von Ehrenamtlichen geleitet. Die Gruppen, die sich hier treffen, Aquarellgruppe, Klöppelgruppe, das machen alles Ehrenamtliche. Auch unsere Literaturlesungen, die einmal im Grunde stattfinden, das ist auch eine Gruppe von Ehrenamtlichen, die das alles organisiert. Unser DJ ist ehrenamtlich tätig, der hier das Tanzcafé für diese Frauen anbietet. Ehrenamtlich sind auch Frauen hier aus dem Nähcafé tätig, die regelmäßig für Kinder aus der nebenanliegenden Kita aus der Marzana-Probenad eine Art Handarbeitskurs anbieten. Also so wie früher in der Schule, muss man sich das vorstellen, die Nadelarbeit, wo man den Umgang mit Nadel und Faden erlernt. Oder unser Christian, unser Nachhaltigkeitsmanager, der zeigt den Kindern dann, wie man mit Werkzeug umgeht oder wie man aus Sachen, die andere Leute wegschmeißen würde, irgendwas Cooles lastet und daraus Kunst macht. Also wir reden hier auch sehr viel Wert auf Nachhaltigkeit. Wir sorgen dafür, dass der Müll ordentlich sortiert wird, dass möglichst kein Müll anfällt. Und dass die Sachen, die gerade hier in der Marzana-Promenade anfallen, die nicht mehr gebraucht werden, wie leere Dosen vom Asia-Innis gegenüber oder die leeren Behälter von der Eisdiele. Die holt unser Christian ab und kann vielleicht mal selber erklären, was er daraus alles gestaltet. Ja, super. Dann sage ich erst mal vielen, vielen Dank, dass Sie mir diese spannenden Fragen mit so vielen spannenden Antworten geschmückt haben. Und ich gehe dann mal weiter und schaue mal, was so die Ehrenamterinnen und Ehrenamter hier auch machen. Und dann gucken wir mal, was auch der Kreativmarkt heute alles so bereithält. Und da liegt doch auch schon eine Dame an, beim Häkel. Genau. Häkel, das ist die Uta Hins. Ja. Sie sind ja seit Anfang des Jahres ehrenamtlich hier tätig. Genau. Was machen Sie denn in der Marzana-Promenade? Also ich helfe verstärkt auch für die Dekoration mit im Schaufenster. Und weil ich da so ein bisschen Basis muss man überlegen. Und wir reden gemeinsam, wir hekeln gemeinsam, wir sprechen neue Projekte ab. Und das ist für uns auch wichtig, damit wir wissen, was machen wir in Zukunft. Was machen wir damit, wenn wir das fertiggestellt haben. Wir haben hier zum Beispiel dieses kleine Pöckchen hier gemacht, da haben wir Weihnachtsgesinn zum Verschiffen. Wir leben eigentlich immer so auf von vielen spontan Ideen, die wir dann versuchen, gemeinsam umzusetzen. Und wir haben hier meistens Unikate. Und das ist so bei uns immer die Thematik, weil wir von Spenden nehmen, die die Damen und Herren, die uns mal zahlen, abgeben. Und das ist dann natürlich so zugelegen. Das sind so kleine Abzahlen, Nuller. Da müssen wir schauen, was machen wir damit. Und wir würden natürlich auch gerne mal ein größeres Projekt gestalten, so ein Schalen, Mütze, ein Zeug dazu, oder die Stolke dann zu Weihnachten. Und da nehmen wir dann das Geld, was wir einnehmen in solche Märkten und kaufen dann, wollen dann auch mal 500 Gramm kaufen von einer Farbe. Und wir haben was ganz Tolles dann. Schickes, Wahnsinn. So, ansonsten, ja, es wird für mich alles neu angewiesen. Ich bin ja dann in den Markt gegangen und ich finde es ganz toll, dass ich mich hier einbringen darf und meine Kenntnisse, die ich habe, wie auch weitergehen kann und um ganz früher dazulernen. Das ist für mich wichtig, dass wir sie dazulernen. Ja? Und jetzt haben Sie schon ganz viel vom Nähen gesprochen. Ich rieche jetzt noch mal das Angebot des Nähcafés. Da sind Sie auch ehrenamtlich mit dabei. Wann ist das? Und wer kommt denn da so ein? Also, es ist ein offenes Nähcafé. Und zwar freuen wir uns, ob ihr es sehr gerne besuchen möchtet. Es ist an dienstags und wundervolltags. Und es sind 10 bis 16 Uhr. Das sind so unsere Kernzeiten. Also, man muss jetzt nicht immer jeden Dienstag kommen, in jede Masse, wenn das nicht passt. Aber man kann auch umregeln, man kann nicht, man kann nicht nachgehen noch eine Stunde, oder man kann nicht, bis man später kommt. Aber, das ist nicht so, ich sag mal, dieser Zwang da ist. Wenn man jetzt im Haushalt hat, oder Kinder, dass man sagt, ich habe noch schnell eine Stunde, auch jeder noch vorbei, dann freuen wir uns ganz gut. Also, jede und jeder ist willkommen und kann auch in diesen Zeiten, wenn es auch mal kurz ist, mal eine Stunde vorbeikommen und mitmachen oder auch Wolle mitbringen. Wenn nicht, haben wir aber auch Materialien hier vor Ort, oder? Ja, wir haben auch Materialien da. Von den Spenden, müssen wir mal schauen, was ist das geplant, was wollen wir damit machen? Ja, womit wir so, so funktioniert das alles, ne? Und dann habe ich noch eine letzte Frage, als, ne, das nehme ich ja auch, und ich sehe ja auch, der Matana-Promenade war, die Frau-Polizier hat ja auch gesagt, Ehrenamtler sind so die Kerstin-Promenade. Was macht es für Sie aus, Ehrenamtlich tätig zu sein? Warum macht es Ehrenamtlich tätig? Ja, erst mal, ich war eine vier Jahre Unternehmerin, und wenn man dann so in Rente geht, und merkt, so, was machst du, der Tag ist lang, da möchte ich mich natürlich noch einbringen, das ist für mich wichtig. Also, ich bin nicht, ich meine, ich habe zu Hause nur zu tun, ich habe auch einen Garten, da kann ich mich auch betätigen, aber ich möchte gerne, in die Gesellschaft, und ich möchte einfach noch, nicht nur ich dazu gehören, sondern diese Geselligkeit, die liegt mir sehr am Herzen. Gerade in der Zahlen, dass man da auch sagen kann, ich wusste mal, diese Hochhäuser, das ist immer so ein Gemüter, man hat einen Check in den Fahrstuhl ein, oder jetzt ist man noch verschwunden, sieht man den Nachbarn ja gar nicht mehr, oder weiß gar nicht, dass der schon zehn Jahre neben mir wohnt. Und das ist wichtig, dass man das hier miteinander macht, dass man auch die Zeit, die man hat, also die Lebenszeit, sag ich mal, dass ich die auch optimal nutze für mich, und von dem, im Endeffekt, das muss Spaß machen, das muss viel Spaß machen, und das sind so meine Bewegungen. Dann sage ich vielen lieben Dank, und da hin, und es wird weiterhin viel Spaß in die Café. Ja, danke. Und das ist, jetzt habe ich es mir gemerkt, Dienstag und Donnerstag, 7.16 Uhr. Ja, super. Herzlichen Dank. Ja, super. Vielen Dank.